Hallo, mein Name ist Manfred Balduf. Herzlich Willkommen in meinem Steinbettbetrieb in Bebra. Neben Grabsteinen in unterschiedlichen Variationen bietet der Natursteinbetrieb Balduf auch Pflasterarbeiten an. Suchen Sie einen kompetenten Ansprechpartner für Fliesenarbeiten, Außenverkleidung und Mauerabdeckung, so sind Sie hier ebenso richtig. Das umfangreiche Sortiment an Fliesen lässt sich hervorragend auch mit Holz kombinieren. Manfred Balduf und sein Team beraten Sie gerne fachkundig und auf Ihre individuellen Wünsche abgestimmt. Natursteinbetrieb Balduf, Ihr Experte in Sachen Naturstein. Das Handwerk, die Wirtschaftsmacht von nebenan.